...bisher bereut und möchte euch jetzt einfach das Mallorca 1 Team vorstellen. Und das geht natürlich nicht ohne Applaus für jeden. Deswegen würde ich sagen, ihr klatscht jetzt einfach durch, solange ich die alle vorstelle, weil die sind alle so nervös, dass die eure Unterstützung brauchen. Ich bin auch ganz schnell, ja? Also, Applaus fürs Mallorca 1 Team! Wir fangen an bei Daniela, Marketing und Sales. Wir haben hier Julia, die Inhaberin und natürlich unsere Projektmanagerin, Geschäftsführer Jens Becher. Als nächster nach dem Geschäftsführer, natürlich der Praktikant, unser Nick, wichtigster Mann im Sender. Dann für Sales verantwortlich, aber vielleicht haben Sie ihn auch schon in unserem Sprachkurs gehört, der Igor. Ich komme zur anderen Seite und da ist Frau Stefanie, verantwortlich für alles, was mit Zahlen und Gehältern und Sachen zu tun hat, ja? Dann haben wir unsere beiden Moderatorinnen, Mel und Lou. Blond ist Mel, dunkelhaarig ist Lou. Und einer fehlt noch, der ist leider in Deutschland heute wegen eines wichtigen Termins, das ist unser Frankie. Den habt ihr sicher auch schon gehört. Das ist der Mann im Ohr! Und wir haben natürlich einen, den haben Sie sicher auch schon gehört, Peer Kussmark, unser Peer am Meer. Im Hintergrund geht die Sonne unter an der Playa und dann kommt dieser Mann, den ihr heute zum ersten, aber mit Sicherheit nicht zum letzten Mal gesehen habt. In Köln ist der Mann schon ein Superstar. Und ich bin wahnsinnig glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020